Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu den SRK TV Nachrichten und heute mit einem ganz besonderen Gast, Herr Theman von Schröter. Hallo. Bei uns geht es heute um das Thema Heizungsmarkt und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen. Vielen Dank für die Einladung, freu mich. Herr von Schröter, wie sieht es mit einer Einschätzung mit Blick auf die aktuelle Situation nach Inkrafttreten der Förderkulisse zum GEG aus? Also wir sind super happy, dass jetzt Klarheit ist und ich muss auch sagen, also Hut ab vor dem, was die Leute in der Politik in Berlin noch geleistet haben, das dann im Dezember noch durch die Bücher zu bekommen. Super, jetzt gibt es Klarheit für alle, wir können uns darauf ausrichten und man merkt schon, die Leute wollen da nachhaltige Heizungen haben und es ist schon wieder deutlich aktiver geworden. Die Endkunden interessieren sich für unsere Produkte. Und welche Erwartungen sind aus Ihrer Sicht realistisch für den Absatz von Wärmepunkten, aber auch Gas- und Ölheizung in 2024? Also ich glaube Öl und Gas ist das Einfachste. Wir hatten letztes Jahr natürlich so einen Heizhammer-Hype, den wird es in unseren Augen dieses Jahr nicht geben und es wird dann im Vergleich eher dazu sein, wie die Jahre 22 und davor in dem Rahmen. Und wir denken bei Wärmepumpen ist es bei den Produkten, die verbaut werden, wird es ein gutes Jahr. Jetzt gibt es vielleicht die ein oder andere Wärmepumpe, die letztes Jahr auf eine Warteposition in irgendwelchen Lägern gerutscht ist, die muss auch noch abverkauft werden. Deswegen von den Zahlen, die die Industrie in den Handel und ans Handwerk liefert, wird es auf jeden Fall unter dem Jahr 2023 liegen. Welche Rückmeldung erhält denn Weiland von den Fachpartnern seit Jahresstart? Ja, dass es wieder aktiver wird, dass das Telefon wieder mehr klingelt, dass da eine Klarheit ist. Ich muss auch sagen, diese hohe Förderung ist natürlich auch verlockend, wenn man sich das anschaut. Und von daher geht ja entsprechend wieder mehr, müssen wir uns auch bei uns sagen. Also so die Monate August, September war bezüglich Wärmepumpen schon ein bisschen saure Gurkenzeit. Und ich glaube, da freuen sich viele Handwerker wie wir auch, dass es wieder ein bisschen aktiver wird bei der Sanierung der Häuser. Weil das ist ja auch das, was wir politisch ja wollen. Welche Unterstützung bietet Weiland seinen Fachpartnern? Also was wir jetzt gemacht haben zum Anfang des Jahres ist, dadurch, dass man die Förderanträge noch nicht einreichen kann, haben wir ein Förderversprechen gegeben. Also man kann jetzt auch schon anfangen, planen. Wir sichern das ab. Und was wir als nächstes jetzt gerade an den Start bringen, wir wissen, es ist jetzt ein anderer Prozess, die Anträge zu erstellen. Als zweites kommt jetzt ein Förderservice, damit man eben möglichst wenig von der Bürokratie gebremst wird. Und seit dem 27. Januar können ja jetzt die Förderanträge auch für Privatpersonen für das selbstgenutzte Eigentum bei der KfW eingereicht werden. Sorgt dies denn für mehr Sicherheit für die Beratung durch das Fachhandwerk? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, wenn jede Unsicherheit, die da rausgeht und dieses ist, naja, auch wenn wir ein Förderversprechen machen, es fühlt sich doch besser an, wenn der Antrag gestellt ist und man hat eine Rückmeldung. Das gibt einfach noch mehr Sicherheit. Und deswegen finde ich es toll, dass die KfW so reingehauen hat, jetzt zumindest für den Eigentümer im Einfamilienhaus diesen Service schon hat und hart daran arbeitet, dass die nächsten Sachen kommen. Und ja, wenn ich weiß, das Geld ist mir schon zugesprochen worden, gibt es noch einen Ticken mehr Sicherheit. Und mit einem Ticken mehr Sicherheit entscheide ich mich noch einfacher. Und dass Eigentümer, Gemeinschaften und Mehrfamilienhausbesitzer jetzt auch ab Mai beziehungsweise für vermietetes Eigentum dann ab August Förderanträge stellen können, wie sieht es da aus? Ja, also das ist natürlich noch ein Weg hin. Aber ich glaube, es war richtig von der KfW zu entscheiden. Erstmal das Einfachste und das Verlässlich und das, muss man auch sagen, mit einer Erwartung von allen, dass es viel schneller ist als bei der BAFA, weil da war ja auch in der Vergangenheit nicht alles so toll. Und dass dann die komplizierteren Schritt für Schritt nachher kommen, ist verständlich. Ich sage allen, das dauert auch ein bisschen länger, das zu projektieren. Lasst uns anfangen, weil auch im Mehrfamilienhaus, da muss man abchecken, ob der Stromanschluss die Leistung hat, etc. Wir können jetzt schon alles machen und dann werden wir auch sehen, wenn man mit der Projektierung durch sind, glaube ich, dann wird auch die KfW bereit sein. Und lasst uns tun, tun, tun und die Chancen nutzen. Ja, vielen Dank, Herr Thelmann von Schröter. Das war es auch von uns, liebe Zuschauer. Nächste Woche geht es hier wie gewohnt mit der Reportage weiter. Machen Sie es gut. Tschüss!